Hallo Ethan! Schau Ethan, da ist ein Loch im Hühnerkäfig. Ethan, sollen wir versuchen, all die Küken zu finden und sie zurück in den Käfig zu bringen? Auf geht's! Gut gemacht, Ethan! Wir haben das erste Küken gefunden. Toll gemacht, Ethan! Noch zwei Küken! Wie viele Küken haben wir denn jetzt? Eins, zwei, drei Küken! Uns fehlen aber noch zwei weitere. Hier sind keine Küken zu finden, Ethan. Such weiter! Schau Ethan, das Küken spielt mit den Enten. Wie viele Küken haben wir denn jetzt? Eins, zwei, drei, vier Küken! Es fehlt nur noch eines. Das letzte Küken hat sich aber richtig gut versteckt. Was, Ethan? Schau Ethan, es muss den Weg allein zurückgefunden haben. Lass uns die Küken zurücklegen und sicher gehen, dass wir alle haben. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ethan, du hast den Hühnerstall repariert. Gut gemacht, Ethan! Wir haben alle fünf Küken gefunden und den Käfig repariert. Bis bald, Freunde! Wir sehen uns! Hallo, Ethan, wie geht es dir heute? Juhu! Hallo, ihr kleinen Ethan-Lastwagen. Was für ein wunderschöner Tag! Schaut euch nur all die schönen Blumen an. Ethan, hast du Lust, Farben zu lernen und mit deinen Freunden Blumen zu pflücken? Juhu! Lila Ich denke, der gelbe Ethan freut sich bestimmt über diese lilanen Blumen. Hm. Aha! Ich denke, der gelbe Ethan mag diese gelben Blumen. Juhu! Juhu! Oh, Ethan! Geh und hol ein paar von den blauen Blumen für den blauen Ethan. Ah! Nein, Ethan, diese Blumen sind rosa. Die Lieblingsfarbe vom blauen Ethan ist bestimmt blau. Versuche doch, die blauen Blumen zu finden. Juhu! Das ist richtig, Ethan. Der blaue Ethan wird diese blauen Blumen mögen. Juhu! Fällt dir jemand ein, dem diese rosanen Blumen gefallen würden, Ethan? Du hast recht, dem rosanen Ethan werden diese rosanen Blumen gefallen. Jetzt haben wir für jeden Blumen gepflückt, Ethan. Sollen wir sie ihnen jetzt geben? Lilane Blumen für den lilanen Ethan. Gelbe Blumen für den gelben Ethan. Oh! Blaue Blumen für den blauen Ethan. Äh! Und rosane Blumen für den rosanen Ethan. Juhu! Hm! Juhu! Toll gemacht, Ethan! Sie finden ihre Blumen toll! Juhu! Bis bald, Freunde! Wir sehen uns! Hallo, Ethan. Wie geht es dir heute? Hm. Oh, toll. Was ist das? Ist das ein Irrgarten? Willst du da rein? Juhu! Pass auf, dass du dich nicht verrirst. Oh, ich verstehe. Du musst der roten Spur folgen, damit du dich nicht verirrst. Juhu! Dann fangen wir an. Vergiss nicht, Ethan. Nur der roten Spur folgen. Ah! Oh! Ethan, du solltest doch der roten Spur folgen. Du hast dich verrührt. Oh! Ist schon gut. Schau! Ha! Da sind noch mehr Spuren. Hm. Sehr gut, Ethan. Oh! Ethan, weißt du den Weg noch? Sehr gut, Ethan. Ethan, weißt du noch den Weg? Gut gemacht, Ethan. Welche Farben hast du heute gelernt? Rot, Lila, Gelb, Grün, Orange. Juhu! Du hast heute ja so viele Farben gelernt. Bis bald, Freunde. Wir sehen uns! Hallo, Ted, wie geht es dir? Hast du Lust, Zahlen zu lernen und mit einer Pyramide zu spielen? Großartig! Dann fangen wir damit an, die Teile der Pyramide zu sammeln. Eins. Eins. Zwei. 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 Drei 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 Fia Drei 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 5 5 6 6 Gut gemacht, Ted! Du hast alle Teile der Pyramide eingesammelt und so viele Zahlen gelernt. Lass sie uns wiederholen und die Pyramide aufbauen. 1 2 3 4 5 6 Bis bald, Freunde! Wir sehen uns! Hallo, Dino! Wie geht es dir? Hast du heute Lust, mit uns Achterbahn zu fahren und Farben zu lernen? Großartig! Dann fangen wir an! Wir sehen uns! Wie geht es dir? Wir sehen uns! Wir sehen uns! Wir sehen uns! Wir sehen uns! A Schnitt Wir sehen uns! belongzus! Wir sehen uns wieder! Wir sehen uns,μαßt! Geld. Grün. Blau. Lila. Rosa. Wow, wir hatten heute so viel Spaß, Dino. Bis bald, Freunde. Wir sehen uns.